Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge vom Battle. Wir starten jetzt eine neue Session und mit SB-Start geht es los. Go, 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 go. Und wir waren ja gerade dabei. Irgendwas. Ah ja, Wolle. Genau, die hat Wibstift gerade gefunden. Zack, jetzt musst du auch in den Chat schreiben, dass du eine weiße Wolle abgebaut hast. Und zwar haben wir nämlich jetzt das Plugin nicht mehr drauf, weil das rumgebackt hat. War auch schon ganz am Anfang so, nur danach hat keiner wieder geläftet. Nope. So, was wir ja geplant hatten in der letzten Folge, war die Falle, die ja momentan halb aktiv ist. Die muss man erst mal angucken, ob das auch wirklich funktioniert. Und ich habe im Singleplayer mal nachgeforscht. Stegi ist hier! Wie hat er das denn geschafft? Ich glaube, ich renne da mal lieber. Hä? Pass mal weg hier. Die haben unsere Base ge... Schon vorher? Lol. Die müssen sich da ja Laptis-Marschinen gestellt haben. Krass. Stegi ist weiß, ne? Deswegen ist die weiße Wolle auch da. Äh, ja. Ja, ey. Gut, nämlich eine Wolle raus und Rüstung. Achso, Schwerte habe ich jetzt nicht hier. Ja, egal. Ich laufe jetzt einfach zurück. Wo war denn das? Richtung... Hier, glaube ich. Na toll. Die kommen gerade in deine Richtung, aufpassen. Ja, ich bin eh unter Spawnschutz. Ach ja, 15 Minuten. Ne, 10 Minuten. Aber, wie gesagt... Beißabier, 10 Leben. WTF. Erlabert. Ach nee, ich weiß mal gar nicht, wo ich lang muss. Richtung... Doch, ich glaube hier. Plus, plus. Also, ich habe Singleplayer ein bisschen rumprobiert. Mit TNT-Fallen. Und wenn wir... Vier TNT haben... Können wir das ausprobieren. Ich weiß gar nicht. Haben wir unten noch Sachen? Noch Gunpowder zum Beispiel? Äh, ich glaube schon, ja. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Wir müssen jetzt gucken, dass wir unsere Base-Cobby umbauen, bevor die da gleich wieder reinkommen. Sonst fliegen wir doch als dieses raus. Ja, das ist... Wäre ja nicht so schön. Unbedingt unwahrscheinlich. Ne, leider nicht. Wir hätten besseren Start hier legen dürfen. Jo, und, keine Ahnung, vor allem, ähm, das ist ja dein erstes Battle jetzt, äh, bei mir ist schon das vierte und am Anfang, ähm, hatten wir echt nur Leute dabei, die nicht unbedingt viel mit PvP zu tun hatten. Ich glaube ich da lang. Und jetzt haben wir... Und jetzt haben wir die krassesten Leute überhaupt. Ich spiele normalerweise auch ziemlich oft Zweifelgames. Das Problem ist, dass, äh, ja, wir hätten das anders aufbauen müssen am Anfang. Immer in der Nähe zu planten, war glaube ich nicht die beste Idee. Ja, ich meine, Survivalgames ist im Vergleich zu anderen Spielmodus, äh, auch, äh, nicht so anspruchsvoll. Aber es ist eine Art PvP, von daher, zum Üben reicht's. So, bist du weggelaufen? Äh, ja, ich bin links von dir. Äh, siehst du? Ich hab mal geguckt. Ja, ich seh dich. Ah, da, so. Und die waren da unten? Noch, oder? Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob die da noch stehen. Na, ich geh jetzt da rein, weil die dürfen mich ja nicht töten. Bin wegen der Falle jetzt einfach mal nicht weitergegangen. Ey, das kann nicht sein, dass die einfach von unten hier reinlaufen. Ah, aber ich, ich, ich will da fast sogar runter. Nee, nee, kannst du runter, da durchlaufen. Ich werde da sogar fast runtergefallen. Ich ne, die Pisten ist mal mit. Wo sind die denn lang gelaufen? Keine Ahnung. Pass auf jeden Fall auf. Aber irgendwie haben die auch voll kackt, dass ich dadurch sterbe. So, ich bräuch mal wieder ein Schwert. Und ja, lass mal gucken, ob wir vielleicht genug Gunpowder haben. Oh ja. Jetzt müssen wir ohne Spitzhackel auffauen. Da wir keine Spitzhackel dabei haben. Ist auch kein. Ah nee, ist noch offen. Ah, dann waren die da bestimmt dran. Ah nee, die haben den Charmantail immerhin nicht mitgenommen. So, ein Gunpowder. Und drei Gunpowder. Wir brauchen 15. Vielleicht kann man da noch ein bisschen was farmen gehen. Charmantail ist zwei. Power zwei. Hä? Ach und. Ja, wir hatten ein bisschen was zurückgelegt. Ja, okay. Oder sind die von oben da reingelaufen? Von eben schon? Von oben müssen sie reingelaufen sein. Aber vorhin kann er nicht sein. Ich stand ja da. Ach so. Da gab es ja auch so einen Zwischengang. Vielleicht dadurch. Mittlerweile haben wir eine blaue und eine weiße Wolle. Echt? Die können wir zurückgeben gleich. Ja, nimm einfach mit. Okay. Ähm. Die hast du dir geklaut. Hast du noch Level? Ähm. Zwei. Leider. Ich muss jetzt auch immer Spitzhacker haben. Mir ist irgendwie steinmäßig was. Ich mach mal hier raus. Ah nee, sechs Gold reicht nicht. Bei goldenen Äpfeln sind eigentlich auch echt ganz cool. So, Sand haben wir wahrscheinlich auch nicht. Ich nehme mal eine Schaufel mit. Falls wir eine haben. Aber haben wir wahrscheinlich auch nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. Na doch, hier. So. Kommt das hier weg. Ähm. Warte, was? Hast du Level oder nicht? Ja, zwei. Willst du dann vielleicht auch mal Brustpanzer und hier das und das enchanten? Ja, mach ich dir. Oh nein. Ach ja. Moment. Das war falsch. Nicht mehr, Amber. Die Zuschauer bei mir auf dem Kanal werden sich freuen. Wie wollen wir hier dann rumlooben? Ja. Schatz eins. Schatz eins. Also das ist eigentlich fast unsere letzte Chance. Jetzt haben wir noch zwei. Ähm. Oh, perfekt. Wir haben noch zwei Level. Äh, zwei Leben. In der Base. Und eins haben wir hier noch liegen. Ja, also eigentlich können wir alles mitnehmen und werden wir jetzt nichts schaffen. Aber wir haben uns gut verloren. Dann lass uns mal einige Blöcke mitnehmen. Ja, hier haben wir vieles. Redstone vielleicht. Das von mir ist Holz. Irgendwas. Alles. Zack. Knochen. Einfach alles mitnehmen. Feuerzeug. Einfach alles mitnehmen, ja? Umziehen. Oh, oh, oh. Weg hier. So, eine Spitzhacke wäre ganz gut. Ich nehme mal hier so eine. Was zu essen noch mitnehmen. Hast du Eisen mitgenommen? Ähm, ja. So, du hast den Amboss, glaube ich, aufgesammelt. Ja, habe ich. Dann lass uns mal nach oben laufen. Moment, ich nehme nochmal eben Eisenrüstung mit. Und dann ein paar Creeper klatschen. hoffentlich. Unsere letzte Chance. Gut wie. Es muss ja auch mal schlecht laufen. Ja, vor allem hast du so einen Noob wie mich dabei. Genau, hallo. Dann kann da nichts draus werden. So, ich mache mal Regen aus. Oh ja, das... So. Dann lass uns mal... Moment, wird es jetzt... Ah, ich habe es vergessen, wieder einzustellen. Ähm... Game rule. Ups. Game rule. Äh... Schuhen. Okay. Das Dumme ist jetzt... Ah, ne, es wird jetzt gerade Nacht. Okay. Dann wird es jetzt Nacht. Und... Wir schauen, dass wir einfach Creeperchen finden. Was? Genau, Creeper. Und wir schauen, dass wir Creeper finden. Und am besten laufen wir da lang, wo sonst keiner lang läuft. Also eher so hier im Wald, oder? Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, die meisten laufen... Also, ich muss sagen, hier sind vorhin, ähm... Stegi und so lang gelaufen. Hier? Okay, dann... Nachdem sie dich gekillt haben. Und dich haben sie gar nicht gesehen? Ne, ich bin in den Wald verschwunden hier vorne. Und dann, ähm... Die haben mich wahrscheinlich gesucht und haben mich nicht gefunden. Achso, okay. Und ich stand oben auf dem Baum und hab nur darauf gewartet, dass die eigentlich herkommen. Lief ja mal besser als gedacht. Wie viel Eisen hast du noch? Äh, ein. Also nicht mehr so viel. Ja, schauen wir mal. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Wolle finden, dann wäre das halt noch geil. Dann haben wir noch eine Chance mehr. Genau, das ist ja auch ganz gut. Ähm... Ähm... Und... Wir bräuchten noch... Warte, insgesamt zwei Eisen. Weil wir brauchen... Also... Naja, äh... Für diese Falle, die ich vorhabe, braucht man nämlich... TNT-Mindcards, weil die instant explodieren können. Okay. Und dafür braucht man halt... Äh... Auf jeden Fall... Warte, dafür brauchen wir auch Lava. Gibt's hier oben irgendwo Lava? Egal, auf jeden Fall brauchen wir... Äh... Eine Rail. Die kostet ja sechs Eisen, oder? Ähm... Ich glaub schon, ja. Und einen Stick in der Mitte. Genau. Um das Teil halt zu platzieren, sonst geht das nicht. Dann brauchen wir... Ähm... Ein... Minecart. Und da halt nochmal fünf. Passtet auch wieder gut, Eisen. Genau, wir können da mal gucken. Aber ich fliege jetzt derzeit Flugzeuge vorbei. Das tut mir leid. In der Flugschleise, ja. Ah, da ist Eisen. Ich grab mich da mal eben runter. Wo ist das hier? Warte. Da. Nee, hier. Fall ich hier? Wenn ich mich da unten hinlange? Nee, oder? Nee. Ich will gucken, dass keiner von hinten kommt. So, und da hab ich mal Leder weg. Brauchen wir, glaub ich, nicht. Wo? Das reicht auch schon. Hellgrüne. Ich will nur nach oben. So. Da ist ein Creeper. Komm bei ihm. Ich komm bei ihm rüber. Jo, wir gehen jetzt einfach auf Creeperjagd. Und hoffen, dass uns jemand findet. Muss wir eben schnell was fortfahren. Jetzt vibriert mein Handy, wie sonst was. Ja. Wie immer. Ist das nicht immer in der Aufnahme. Ich kenn das nicht anders. Aber vor allem hört man dann, wenn... Keine Ahnung, hast du das jetzt so vibrieren gehört? Oder auch so... Ne, ich hab's vibrieren gehört. Okay. Ne, weil manchmal dann höre ich das nicht mal. Also überhaupt nicht. Und andere Leute hören, das ist komisch. Da hinten ist ein Gegner. Die können wir auch angreifen. Aber wir können's auch sein lassen. Wir können's auch sein lassen. Mit den Chancen, die wir grad noch haben. Nicht mal allzu viel. Dann lieber Creeper suchen. Ich muss mal meinen Bogen benutzen. Oh, den hab ich noch gar nicht verwendet. Und Lava wär halt gut. Vielleicht ist da noch, guck mal, das Licht. Ich glaub, das ist Lava von dem Schmied. Die bräuchte ich nämlich. War nicht hier irgendwo der Turm? Genau. Ja, hier ist Lava. Nehm ich mit. Da ist ein Creeper. Hier sollte irgendwo Wolle sein. Leute, da hat irgendjemand was gebaut. Mann, die droppen hier nichts. Mies. Acht Stück hab ich. Wir brauchen 15. Ne, 20. 14 hier. Oh Gott. Boah, guck mal, wie viel's gut ist. Aber das... Das müssen wir überleben. Damit wir das schaffen. Boah, Mini-Trummi. Passe diese Mini-Dinger. Hinter dir, hinter dir. Ich geh mal auf mich. Also so schlecht sind wir momentan gar nicht ausgerüstet. Ne, also auf jeden Fall nicht. Also wenn's... Aber wenn. ... drauf ankommt, dann... ... haben wir immerhin ein bisschen was. Oh Gott, nein. Nicht explodieren. Okay, die tracken mich. Jetzt kannst du hier eigentlich ganz leicht töten. Perfekt. Hast du... ...Campado bekommen? Ähm... Nö. Nicht? Boah, krass. Nö. Ich hatte ein bisschen was davon. Aber auch nur zwei. Da ist noch ein Creeper. Ohohohoh. Zombie. Klasse Zombies. Noch ein Creeper. Und da brauchen wir noch Sand. Ja. Und zwar 16 Stück. Hast du noch Platz im Inventar? Ja. Oh, dann geb ich dir mal die Schaufel. Warte. Hier. Dann kannst du ein bisschen Sand farmen. Ja, dann leg ich mal eben schnell los. Ich halte Ausschau. Oh, wie viel Sand hab ich denn jetzt? 16. Reicht, ja. Mhm. So, Folge vorbei. Das war's für diese Bills. Zum nächsten. Das war's. Bis zum nächsten. Bis zum nächsten.